Die 40 Märtyrer-Kathedrale in der syrischen Stadt Aleppo war eine armenisch-apostolische Kirche aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts im alten Christenviertel Judaida. Die dreischiffige Basilika war eine der ältesten Kirchen der armenischen Diaspora und der Stadt Aleppo. Ihr Glockenturm aus dem Jahre 1912 war vom europäischen Neobarock beeinflusst. Im Januar 2015 traf im Verlauf des Bürgerkriegs in Syrien ein Geschoss die Kuppel, die teilweise einbrach. Und im April 2015 wurde das gesamte Gebäude weitgehend zerstört. Geschichte Die 1429 erbaute 40 Märtyrer-Kirche wurde 1476 in der zweiten Ausgabe des Buches The Exploit of the Holy Bible des Paters Melekset in Aleppo erwähnt. Sie wurde errichtet, um eine kleine Kapelle im alten christlichen Friedhof zu ersetzen. Die Kirche wurde zu Ehren einer Gruppe römischer Soldaten benannt, die das Märtyrer-Tum in der Stadt Sebastian in Kleiner Armenien erlitten. Und alle wurden im Christentum als die 40 Märtyrer von Sebastian verehrt. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts hatte die Kirche eine Kapazität von 100 Gläubigen. 1499 bis 1500 wurde die Kirche vergrößert und ein neues Prelatsgebäude wurde auf dem Kirchengelände errichtet. Finanziert durch die Spende eines armenischen Intellektuellen namens Reich Baron Jeii. In den folgenden Jahren wurde die Kirche temporärer Sitz vieler armenischer Katholikoi des Heiligen Stuhls von Kilikin. Während der ersten Jahre der Einweihung wurde die Kirche mit Grabsteinen aus dem armenischen Friedhof umgeben, bis 1579. Als der Friedhof umgebettet wurde und es nur noch Klerikern und der Elite der Gemeinde erlaubt wurde, auf dem Kirchengelände begraben zu werden. Am Ende des Jahres wurde die Kirche unter Anwesenheit des Katholikos Hoff Hannes IV. von Eintab und Bischof Katschatur Kakeretz wiedereröffnet. 1624 begann die Prelatur als Folge der wachsenden Zahl armenischer Bürger und Pilger, damit ein neues Viertel nahe der Kirche zu errichten, was noch weiterhin seinen Ursprungsnamen Hoogtun behält. Das Hoogtun wurde als ein Rasthaus mit 23 großen Zimmern, das für die armenischen Pilger auf ihrem Weg nach Jerusalem diente, gewidmet. Es wurde durch die Spende des Chodja Garipian erbaut. Der italienische Entdecker Pietro della Valle, welcher Aleppo 1625 besuchte, beschrieb die Kirche als eine der vier an einem Platz mit einem Tor nebeneinander errichteten Kirchen im neu gebauten Christenviertel Judaida. Die anderen drei Kirchen sind die griechisch-orthodoxe Kirche der Entschlafung unserer Frau, die armenische Heilige Mutter Gotteskirche sowie die alte maronetische Kirche des Sankt Elions. Die Kirche hatte drei Altäre, ein 1874 erbautes Obergeschoss und ein 1888 platziertes Taufbecken. Die Kirche hatte keine Glocken bis zum Jahre 1912, als durch die Spende des syrisch-armenischen Philanthropen Rizkalatahan aus Brasilien ein Glockenturm errichtet wurde. Am 28. Mai 1991 wurde durch die Spende der Kelejian Brüder aus Aleppo auf dem Gelände neben dem Kircheingang eine Schoschka-Gedenkstätte errichtet, das den Opfern des Völkermords an den Armeniern gewidmet ist. Am 26. April 2000 markierte hat die armenische Gemeinde von Aleppo den 500. Jahrestag der ersten Erweiterung der Kirche unter der Schirmherrschaft von Katholikos Arami und in der Regentschaft des Erzbischofs Suren-Katharoyan. Ikonen Die Kirche ist reich sowohl an alte als auch an moderne Ikonen mit mehr als 30 Stücken. Die Mutter Gottes Jungfrau Maria mit Jesus Die Taufe Jesu Die Anbetung der Heiligen Drei Könige Johannes der Täufer St. Josef Jungfrau Maria mit Jesus Die Taufe Jesu Christi Jungfrau Maria umgeben von den Aposteln Das jüngste Gericht einer der berühmtesten Ikonen der Aleppiner Schule Mit der Initiative des Erzbischofs Suren-Katharoyan wurden die meisten der Symbole zwischen 1993 und 1996 vom armenischen Experten Andranik Antonien renoviert Kirche der Heiligen Mutter Gottes Die alte Kirche der Heiligen Mutter Gottes wurde von 1942 errichtet, zu einem Zeitpunkt, als die armenische Gemeinde als bedeutungsvollste Gemeinschaft mit ihren eigenen Klerikern, Gelehrten und einem Prelaten neu formiert wurde. Diese kleine Kirche wurde in den Jahren 1535, 1784 und 1849 sowie 1955 mehreren Renovierungen unterzogen. Die Kirche blieb bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts aktiv, als es in eine Bibliothek umgewandelt wurde. Im Jahre 1991 wurde das Bibliotheksgebäude in die Zareian Schatzkammer der armenisch-apostolischen Kirche von Aleppo umgewandelt. In Erinnerung an den Katholikos Sarei, aus dem großen Haus von Kilikin, welcher als Erzbischof der Diözese von Aleppo diente, bevor er Katholikos wurde. Derzeitiger Status Die 40 Märtyrer Kathedrale ist der Sitz des armenischen Prälatur von Aleppo und eine der ältesten aktiven Kirchen in der Stadt. Es ist auch eine der ältesten funktionierenden Kirchen in der armenischen Diaspora. Im Jahre 1991 wurde die alte Kirche der Heiligen Mutter Gottes als Zareian Schatzkammer wiedereröffnet. Auch das Museum der armenisch-apostolischen Kirche im 40 Märtyrer Kathedralenkomplex. Das alte Gebäude der Prälatur, das sich zwischen dem Museum und der heutigen Kirche befindet, ist im Umbau. Der Kirchenkomplex enthält auch die armenische Heigertsian Schule, das Avetis-Aharonin-Theater und den Nikol-Agbeleien-Zweig der Hamas-Keyen-Bildungs- und Kulturgesellschaft. Das heutige Gebäude der Prälatur steht nur wenige Meter entfernt neben der Kirche. Galerie. Punkt. Punkt. Punkt.